Markus, wir wissen, dass du mit Veredus zur Entwicklung von Carbon Gelvento zusammengearbeitet hast. Ja, und das Ergebnis ist ganz einfach begeisternd. Carbon Gelvento ist der erste Schienenbeinschutz mit doppelter Belüftung und gewährleistet meinem Pferd ein Wohlbefinden und bisher noch nie bekannten Maße. Kannst du grob beschreiben, worin der Unterschied zu den Produkten, die du früher benutzt hast, besteht? Die Technologie ist innovativ, das Konzept jedoch ganz einfach. Bei Carbon Gelvento erfolgt die Belüftung sowohl horizontal, von innen nach außen, als auch vertikal, von oben nach unten. Die überschüssige Wärme wird von dem Pferdebein an einen äußeren Hohlraum übertragen und über die Lüftungsöffnungen nach oben geleitet. Perfekt. Und das bedeutet, dass? Es bedeutet, dass die Sehne die ideale Temperatur bewahren und dass mein Pferd sich stets in optimalem Zustand befindet, um sein Potenzial im Höchstmast zum Ausdruck zu bringen. Ein Schienbeinschutz soll aber in erster Linie gegen Stoßeinwirkung schützen. Die doppelte Belüftung ist in der Tat ein zusätzlicher Vorteil, der die Schutzwirkung des Kohlenstoffes und den Komfort der Polsterung noch ergänzt. Belüftung, Schutz, Komfort. Du hast wirklich an alles gedacht. Ihr kennt mich ja mittlerweile. Nichts darf mich daran hindern, perfekt zu sein. Aber ich habe nur einen kleinen Teil dazu beigetragen, mit einem professionellen Team zusammengearbeitet und ich glaube, das perfekt für Wurruf zu schaffen. Danke, Markus.